Jo, was geht? Mein Name ist Jamix und heute machen wir mal wieder ein kleines Equipment-Video. Ich zeige euch hier mein neues Setup. Wir haben ein bisschen umgebaut. Ein paar neue Sachen sind auch dazu gekommen. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, aber das wollte ich nochmal updaten. Und in dem Zuge will ich auch so ein bisschen drüber reden, was braucht man wirklich zum Produzieren und was ist eher Spielerei. Und ich kann vorher schon mal sagen, ey, ihr braucht eigentlich wirklich nichts. Wenn ihr einen funktionierenden Computer habt, seid ihr set. So, dann noch ein paar Kopfhörer und alles ist gut. Und lasst euch davon nicht aufhalten. Denkt nicht irgendwie, ich will jetzt gerne anfangen, Beats zu bauen, aber dafür brauche ich erst noch das und das und das und dann kann ich erst anfangen. So ist es nicht. Ich habe ja auch im letzten Video darüber geredet, mehr Gier macht dich nicht automatisch zu einem besseren Producer. Das wollte ich vorher nur kurz gesagt haben, aber jetzt würde ich sagen, let's go. Ich zeige euch jetzt, wie es gerade bei mir aussieht und was ich so für meine Sachen benutze. Okay, so sieht es hier gerade aus. Wer sich noch an das letzte Video erinnern kann, der weiß auf jeden Fall, was für ein unfassbares Upgrade das hier geworden ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Laptop selbst. Das ist ein Acer Nitro 5. Das ist jetzt kein Modell, was ich besonders geil finde oder so, sondern ich wusste einfach an einem gewissen Punkt, was für Specs ich haben will und habe mir dann dementsprechend einfach den günstigsten Laptop mit den Specs, die ich haben wollte, rausgesucht. Die Specs blende ich euch jetzt im Video hier einmal ein. Brauche ich da nicht drüber reden, ich weiß es eh nicht aus dem Kopf. Das Ding ist ziemlich teuer und ziemlich beefy auf jeden Fall. So ist es mit Abstand das teuerste Item hier in diesem kompletten Setup. Aber es hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Und eine interessante Frage ist halt immer so Laptop oder PC. Und ich persönlich habe mich halt für einen Laptop entschieden, einfach deswegen, weil ich damit mobiler bin so. Ich kann halt diesen Laptop einfach zuklappen, einpacken und damit sonst wohin fahren in irgendwelche Sessions. Das wäre mit einem PC halt nicht möglich. Das war für mich das Hauptargument. Wenn ihr ein bisschen mehr aufs Geld achten müsst, dann ist ein Tower-PC auf jeden Fall die bessere Wahl, weil da kriegt man halt bessere Specs für kleineres Geld. Und ja, ich habe mich für diesen Laptop entschieden, bin super zufrieden damit. Und das wichtigste Feature ist natürlich das hier. Ihr wisst doch, was es ist. Alles klar, an diesem Laptop hängt hier dieser Bildschirm. Das ist ein 21 zu 9 Bildschirm von LG. Das genaue Modell schreibe ich euch vielleicht jetzt noch mal ins Video, wenn ich es noch mal finde. Auch das war wieder ein Fall von, ich wollte einen 21 zu 9 Bildschirm haben. Ist auch voll geil, weil du halt viel mehr Platz hast, um deine Sachen zu machen. Ihr seht jetzt gerade, hier ist noch eine FLP offen so. Und das lohnt sich auf jeden Fall, aber ich habe halt dann einfach den günstigsten genommen, den ich gefunden habe. Der ist tatsächlich gar nicht so groß, wie man denkt. Also das Format ist halt crazy, aber das Ding selber ist gar nicht so unfassbar groß. Ja, aber bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy mit und ist von dem Bildschirm, den ich vorher hatte, auch auf jeden Fall ein krasses Upgrade. Ja, hier dran hängen eine Tastatur und eine Maus. Das ist jetzt beides so Gaming-Zeug. Die Tastatur ist auch wieder die günstigste, die ich gefunden habe. Bei der war mir wichtig, dass hier halt wirklich Backlight ist, dass ich auch im Dunkeln die Buchstaben erkennen kann, weil meine andere Tastatur, die hatte zwar auch Licht von unten, aber halt so, dass die Buchstaben quasi nicht selber geleuchtet haben und das war im Dunkeln schon sehr nervig, wenn man die Tasten nicht erkennen konnte. Diese Maus ist eine Gaming-Maus. Das ist natürlich utopisch unnötig eigentlich zum Beats produzieren, aber wenn man einmal so eine hatte, dann will man nicht mehr wechseln. Ich denke, das fühlen viele von euch auch. Gut, dann haben wir hier ein Interface. Interface ist tatsächlich das, was ich jedem Producer empfehlen würde. Wenn du ein paar Euro hast, die du investieren willst, kauf dir als allererstes ein Interface. Das lohnt sich spätestens an der Stelle, wenn du irgendwie ein Mikrofon oder Monitorboxen hast oder halt dann einen vernünftigen Studio-Kopfhörer so. Aber ich würde halt grundsätzlich das so als erste Investition jedem empfehlen, einfach für die Soundqualität. Also, ja, so ein Interface für die, die nicht wissen, was das ist, ist im Grunde einfach nur eine externe Soundkarte. Du hast halt hier verschiedene Anschlüsse, bla, bla, bla. Und die Soundqualität, die da rauskommt, ist halt schon richtig, richtig gut. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier die Focusrite Scarlet Solo. Die kostet so um die 100 Euro. Ich hatte vorher ein Interface von Behringer. Das hat so um die 30 Euro gekostet. Und ey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann da keinen Unterschied feststellen. So, ich weiß nicht, ob meine Ohren dafür einfach nicht geschult genug sind. Aber, also, holt euch das Behringer. So, ganz ehrlich, lohnt sich nicht. Man zahlt, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich für den Namen so. Gut, dann haben wir hier noch ein Keyboard. Da habe ich im letzten Video auch schon drüber geredet. Das ist die Keystation 49 von M-Audio. Keyboard auf jeden Fall auch sehr cool. Ich mag das, weil das halt tatsächlich große Tasten hat so. Also, ja, authentisch große, wie sie halt auch bei einem normalen Piano am Start wären. Ich hatte vorher so ein kleines MIDI-Keyboard nur mit so ganz kleinen Tasten. Und das war auf jeden Fall schon nicht so geil. Kannst du nicht mit zwei Händen drauf spielen. Und irgendwie, ja, das fühlt sich mehr nach einem Keyboard an. Das andere hat sich eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Plastik-Spielzeug ein bisschen angefühlt. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Kostet, glaube ich, auch so um die 100 Euro. Ja, habe ich ehrlich gesagt Kyle Beats nachgekauft. Shoutout Kyle Beats. Weil ich das bei ihm im Video gesehen habe. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool so. Ist ein nicest Keyboard. Kann ich nur empfehlen. Alright, dann haben wir hier Monitor Boxen. Nummer 1, Nummer 2. Tatsächlich, Monitor Boxen ist ja so eine der ersten Dinge, über die Leute nachdenken, wenn sie sagen, ich will irgendwie mein Equipment upgraden. Und ich sage euch, ey, lieber nicht. So, ich bin der Meinung, Monitor Boxen lohnen sich nicht wirklich, außer du hast wirklich einen krass ausgestatteten Raum, der halt getweetet ist, wo halt die Raumakustik vernünftig ist, weil einfach nur dadurch, dass du dir irgendwelche Monitor Boxen in dein viereckiges Zimmer stellst, so wie ich jetzt hier, hier hinten an der Wand ist absolut nichts, was irgendwie den Schall auffangen würde, ey, bringt nichts. So, ist cool, aber du hörst halt nicht vernünftig das, was du tust, wenn du zum Beispiel was abmischt und das wäre ja normalerweise eigentlich der Sinn von Monitor Boxen. Ich weiß nicht. Also ist natürlich cool zu haben, aber so als allererste Investition würde ich eindeutig eher einen Kopfhörer empfehlen. Da spreche ich gleich nochmal drüber. Aber, ja, ich habe jetzt welche hier, das sind von JBL. Die günstigen Monitor Boxen, die in der Form gibt es nicht mehr. Es gibt so eine leicht geupdatete Version davon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der große Unterschied ist, außer dass die dieses JBL-Logo nach da in die Mitte bewegt haben. Ja, aber ich habe mich im Music Store in Köln habe ich verschiedene Monitor Boxen gegeneinander gehört, so die JBLs und die KRKs und noch so kleine Yamahas. Und bei den JBLs hat mir halt das Low End am besten gefallen. Und das war so mein Hauptargument, warum ich die JBLs gekauft habe. Also, coole Monitor Boxen spricht nichts gegen, so. Ich finde die KRKs ehrlich gesagt, ja, ein bisschen overrated, so. Jo, dann haben wir hier eine Webcam. Ähm, diese Webcam habe ich gekauft, weil hier ein Ringlicht dran ist. Das ist die Razer Kio. Ich muss aber ehrlich sagen, das Ringlicht benutze ich gar nicht so viel, ähm, weil das irgendwie komisches Licht macht, gerade in dem Moment, wenn ich, ja, wenn ich wirklich da reingucke. Ich habe mal ein Video, wo ich wirklich straight in dieses Ringlicht reingucke, gemacht und, äh, das hat mich wirklich wie den letzten Psyko aussehen lassen. im Nachhinein hätte ich mich vielleicht besser für die Standard Logitech Cam entschieden, aber, ey, ist auf jeden Fall vernünftig, macht Full HD, ähm, Aufnahmen, ist ganz nice für die Videos und die Streams. Ihr wisst ja, wie die Qualität davon aussieht. Ähm, kann auf jeden Fall, ja, nicht schaden, ist eine coole Cam, ich weiß nicht, ob ich die nochmal kaufen würde, aber, ist schon auf jeden Fall ganz ordentlich. Dann haben wir hier unten, ähm, eine externe Festplatte, die hat 5 fucking Terabyte, und, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnende Investition, weil im PC ist nur, in Anführungsstrichen nur, eine 1 Terabyte SSD, SSD natürlich hammergeil, aber hier kann ich halt meinen ganzen Scheiß draufladen, ich muss nie wieder irgendwas löschen, 5 Terabyte ist wirklich utopisch viel, ähm, ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, kann ich auch jedem nur empfehlen, die habe ich irgendwann mal, ähm, im Saturn Sale, für, ich glaube, so 60, 70 Euro gekauft, ähm, und für den Preis, 5 Terabyte, kannst du auf jeden Fall absolut nicht meckern. Gut, ähm, ja, alles was ihr hier seht, ist, ähm, natürlich mit Kabeln verbunden, früher war das auch ein furchtbares Kabelchaos, was dann alles hier so rumlag, wer sich an das letzte Setup Video noch erinnern kann, sah ganz, 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 ganz schlimm aus, ähm, das Problem haben wir jetzt ein bisschen gelöst, indem wir hier unten einfach das Kabelchaos hinverlegt haben, das was da oben hängt, ist ein USB Hub, ähm, weil der Laptop selber hat nur drei USB Stecker, glaube ich, und, ähm, ja, da ist dann halt ein USB Hub, der hat auch nochmal eine eigene Stromversorgung, und da kann ich halt den ganzen Kram, Interface, Maus, Tastatur, Keyboard und so weiter, kann ich halt darüber cool anschließen, und wir haben halt hier die ganze Kabellage halt so unter den Tisch gepackt, ähm, auch die Multi-Steckdose und so, was halt dazu führt, dass hier der Boden einfach fucking frei ist, weil da hat sich früher lang so viele Kabel hier überall rum, und, ähm, das ist dann hier unten auch super eingestaubt, so, und, ähm, das war echt nicht schön, und deswegen, ja, haben wir jetzt die ganzen Kabel eben hier drunter gelegt, ähm, das führt halt dazu, dass, wenn man sich das hier mal anschaut, so, es sieht halt, wow, sorry für dieses Störgeräusch, ähm, das sieht halt dafür, wie viele Geräte das sind, echt noch relativ clean aus, von den Kabeln her, und, äh, diesen cleanen Look mag ich sehr, früher, ähm, hat, oder was heißt früher, bis vor ein paar Tagen hatte ich halt den ganzen Tisch auch noch voll mit, äh, allen möglichen Stickern, so, und, ähm, das sah halt voll Chaos aus, so, selbst wenn alles frei war, sah das irgendwie unordentlich und unaufgeräumt aus, und, ähm, jetzt hat das Ganze halt einen sehr, sehr cleanen Look, so, ähm, das feiere ich auf jeden Fall, gut, als nächstes möchte ich gerne über diese Kopfhörer reden, äh, diese Kopfhörer habe ich wirklich den Großteil des Tages auf, das sind die Beyerdynamic DT770 Pro in 80 Ohm, ich liebe diese Kopfhörer, ich mache mit denen wirklich alle meine Projekte, ich mache damit auch 90% meines Mixings, so, und, ähm, ich habe gerade schon drüber geredet, so, 20 Euro, glaube ich, ähm, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, kauft euch die, wirklich uneingeschränkte Kaufempfehlung an jede Person, die in irgendeiner Weise Musik macht, diese Kopfhörer ein absoluter Standard, wenn ihr die kennt und mal ein bisschen drauf achtet, dann seht ihr auch, dass die auch in super professionellen Studios, ähm, eingesetzt werden, und, ähm, ja, voll geil, also, wirklich Hammer, ich habe die zweimal hier unten, also hier unten, hier ist halt noch ein bisschen Kabelkram, das ist der Stand von meinem Mikro, hier ist noch eine kleine JBL, so, und, ähm, hier drin ist noch ein paar von diesen Kopfhörern, weil ich die halt einfach so nice finde, dass ich gerne zwei Paare davon, äh, haben wollte, hat sich auf jeden Fall gelohnt, und, ähm, ist jetzt halt cool, wenn ich mit anderen Leuten hier sitze und hier zum Beispiel ein Rapper am Start ist, der am Recorden ist, dann kann er auch so ein paar Kopfhörer aufsetzen, ich habe trotzdem so eins auf, also, sehr, 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 sehr lohnenswerte Empfehlung, ähm, wirklich super, super geiler Kopfhörer für einen echt okayen Preis. Dann haben wir hier Mikrofon Nummer 1, das ist ein Blue Yeti, ähm, das Mikrofon kennen viele von euch bestimmt, ähm, schon vom Podcast und, äh, auch aus meinen Videos, das ist das Mikrofon, mit dem ich halt mein Content-Zeug mache, so, ähm, dafür auch echt cool, für Musik machen würde ich es eher nicht empfehlen, so, dafür ist es nicht die richtige Charakteristik, da, ähm, würde ich euch eher das Rode NT1 empfehlen, da spreche ich gleich nochmal drüber, ähm, aber für so Content-Zeug, ähm, auf jeden Fall super cooles Mikrofon, Vorteil von dem Ding ist halt, das hat hier so verschiedene, ähm, Richtcharakteristika, die kannst du hier umstellen, mit diesem Knopf hier, und, ähm, das Geile daran ist halt, so, das hat verschiedene, ähm, Einstellungen, also diese Einstellung, wo das jetzt gerade drauf steht, ist halt, dass man quasi nur von der einen Richtung da rein sprechen kann, und das hat aber halt auch eine Stereo-Einstellung, dass man von beiden Seiten da rein reden kann, und das von beiden Seiten quasi vernünftig abgepickt wird, du kannst es auch auf komplett Raumklang einstellen, und so, ist halt sehr, sehr versatil, wow, versatil, Alter, ähm, vielfach einsatzfähig, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, ähm, ja, aber ist halt, äh, für mich voll geil für den Podcast, ne, ihr kennt ja die Situation, Podcast in der Küche, wir sitzen uns gegenüber, und, ähm, es können halt beide Leute in das gleiche Mic reinreden, das ist auch noch nicht super optimal, irgendwann in der Zukunft würde ich mir auch auf jeden Fall für den Podcast nochmal zwei Mikrofone kaufen, dass jeder quasi ein eigenes hat, weil jetzt gerade, ähm, hört man halt auch sehr viel vom Raum, und wie gesagt, das findet alles immer in meiner Küche statt, und da hört man dann zum Beispiel viel vom, ähm, vom, wenn der Kühlschrank brummt oder so, oder auch wenn von draußen, vom Fenster irgendwas passiert, hört man das alles, ähm, aber ja, also sehr, sehr cooles Mikrofon, kostet auch so um die 100 Euro, 120, 130, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr cool, hatte ich früher schon mal, ähm, damals in Silber, aber ansonsten ist es genau das gleiche, und, ähm, mein altes hat aber leider einen Wackelkontakt, das ist aber dann auch nach, boah, 14 Jahren, ja, okay, nee, das ist übertrieben, aber, also über 10 Jahren, ähm, auf jeden Fall in Ordnung, und, ähm, ja, kann ich empfehlen, wenn ihr, wenn ihr Content machen wollt, das hängt ja in so einem Arm, so, ihr habt das jetzt gerade schon gesehen, ne, ich kann das hier wegdrehen, so, ich drehe das halt dahin, um ein Video zu machen, ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch, dieser Arm hier ist von Amazon, keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro, so, ähm, ja, erfüllt seinen Zweck, keine Ahnung, der macht ein bisschen nervige Geräusche, das hört man halt vor allen Dingen voll im Mikrofon drin, ähm, wenn man da irgendwie aus Versehen gegenkommt, oder auch im Podcast, wenn Leute was auf den Tisch stellen, dann, äh, hörst du diese Vibrationen von dem Arm halt leider, ähm, ja, aber für meine Zwecke völlig ausreichend, völlig okay, ja, ähm, Mikrofonarm, so. Dann haben wir hier hinten noch, da habe ich jetzt gerade schon drüber geredet, das hier ist das Rode NT1, ähm, das habe ich auch im letzten Video schon gezeigt, das ist mein Rap-Mikrofon, an der Stelle geht raus an, äh, geht ein Shoutout raus an Martin und das ganze Team von Nexophonia, die haben mir dieses Mikrofon mal als, ja, quasi als Ersatzgage, für einen Auftritt, ähm, besorgt, vielen Dank an der Stelle nochmal, ich küsse eure Herzen, und, ähm, ja, das Rode NT1 ist ein absolut klassisches, äh, Home-Studio-Mic, gerade für Rap sehr zu empfehlen, ähm, dieser ganz Kram hier, die Spinne und der Pop-Schutz und das Kabel und so, das kommt alles mit dem Mic, das ist so ein Bundle, was man kaufen kann, ähm, kann ich sehr empfehlen, das geht dann halt via XLR, hier unten lang, bla 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 bla, rein in das Interface, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall cooles Mic, ähm, damit recorde ich meine Songs, und auch wenn, wenn andere Leute mal hier sind, recorden die damit Songs, ist ein absoluter Klassiker, muss ich euch eigentlich nicht mehr viel zu sagen, so, ähm, auf jeden Fall gute Wahl, für ein kleines Budget, ein vernünftiges Rap-Mic, alles, was hier noch dran hängt, also der Ständer, und dieses Ding hier, wie nennt man die, Mic-Screen, ähm, sind, mal wieder, äh, die günstigsten aus dem Music Store, ihr merkt schon, und ich, äh, muss auch tatsächlich an vielen Stellen auf mein Budget achten, ähm, das, der Mic-Screen hier ist ein bisschen wackelig, so, ähm, da hätte man schon nochmal ein paar mehr Euro in die Hand nehmen können, aber, ey, für meine Zwecke auf jeden Fall völlig ausreichend, so, ähm, bin ich absolut zufrieden mit. Ja, das hier ist der Stream-Hintergrund, den ihr immer seht, Shoutout an alle Alben, die sich hier befinden, auf jeden Fall, ähm, ein paar absolute Favorites von mir hier am Start, ähm, ja, ich bin kein großer Plattenhörer, aber ich mag halt die Ästhetik davon, ich mag das halt, ähm, Covers von Alben, die mir viel bedeuten, die mich in meinem Leben begleitet haben, so an der Wand hängen zu haben, ähm, Shoutout Schlomo auf jeden Fall, dieses Album, wer es nicht kennt, zieht es euch auf jeden Fall rein, gerade für Producer, riesen Empfehlung. Ja, das ist einfach der Stream-Hintergrund, so, Shoutout, äh, an meine Freundin Lea, die ist nämlich die mit im Auge für die Ästhetik, und die hat hier den ganzen Kram mit den, ähm, mit den Lichterketten und der Palme und so organisiert, ähm, danke an der Stelle auf jeden Fall, Shoutout Lea, und, ähm, ja, das ist der Stream-Hintergrund, so, ihr seht das ja, und, ähm, ja, hier unten steht noch ein Gitarrenverstärker, den hab ich von einem Kumpel bekommen, den, äh, hatte er halt, und, ähm, ja, ich benutze den mit der E-Gitarre, über die Gitarren können wir auch noch kurz reden, hier hängen zwei Gitarren an der Wand, ähm, ich muss sagen, ich, ich bin wirklich kein, ach, scheiße, man sieht jetzt, wie unordentlich das hier ist, naja, ähm, ähm, also, ich kann wirklich nicht so gut Gitarre spielen, und ich kenn mich mit Gitarren halt wirklich auch überhaupt nicht aus, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger, das ist eine Ibanez, das ist eine Jackson, das kann ich euch sagen, weil es da drauf steht, die Ibanez ist eine Akustik-Gitarre, also so eine Halb-Akustik, man kann hier halt, ähm, Dinge einstellen, und dann kann man hier unten, das sieht man jetzt gerade schlecht, aber, äh, kann man ein XLR-Kabel reinpluggen, und, ähm, das ist auf jeden Fall super cool, damit kann man sehr, sehr clean Akustik-Gitarre recorden, diese Gitarre gehört eigentlich dem Vater von meiner Freundin, ähm, Shoutout an der Stelle auch, und, ähm, ja, der hat mir die quasi geliehen, und, ähm, ja, ich benutze die gerade halt zum Üben, und, ähm, ja, bin noch ziemlich scheiße, es gibt Beats von mir, ähm, die, wo ich Gitarre eingespielt habe, ich kann halt so ein bisschen drei, vier Töne einspielen, und die dann in FL Studio flippen, aber, ähm, ich kann nicht wirklich Songs spielen, so, da bin ich gerade noch auf jeden Fall am Lernen, aber macht sehr viel Spaß, ist, äh, auf jeden Fall sehr cool, und hier haben wir eine Jackson, ähm, E-Gitarre, die habe ich gebraucht, von Ebay gekauft, ähm, ja, einfach, damit ich auch den E-Gitarren-Sound, äh, haben kann, so, wie gesagt, mit dem Verstärker, der da steht, oder dann halt mit verschiedenen Plugins, so, Guitar Rig, oder auch Hardcore von FL Studio, ähm, ja, ist auf jeden Fall cool, wie gesagt, zu den Gitarren kann ich nicht viel sagen, ich hab die halt, aber ich hab ehrlich gesagt keinen Plan, ich hab mich auch nicht bewusst für die entschieden, so, sondern die sind mir so ein bisschen zugeflogen gekommen, gut, alright, Jo, das war's von mir, ähm, ich hoffe, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen, hab ein bisschen was vielleicht gelernt, aus dem Zeug, was ich hier stehen hab, bedenkt bitte wirklich, ich mach das seit vielen Jahren, und, ähm, ich hätte mir das niemals alles auf einmal kaufen können, so, das ist alles so über die Jahre, wie gesagt, ne, dieses Mike, Shoutout Martin, diese Gitarre gehört eigentlich nicht mir, und so, den Verstärker hab ich geschenkt bekommen, das ist alles Zeug, was ich so über die Jahre angesammelt hab, also, ich hätte mir das niemals alles auf einmal leisten können, so, ähm, das, ja, passiert halt mit den Jahren, und, wie ich am Anfang schon gesagt habe, glaubt bitte wirklich nicht, dass ihr all das braucht, um Musik zu machen, so, lasst euch davon nicht aufhalten, nehmt die Mittel, die ihr habt, ey, wenn ihr euch Dinge nicht leisten könnt, das ist völlig normal, und völlig in Ordnung, so, und, ähm, ja, habt irgendwie irgendeine Form von Computer, so, das wird ja wahrscheinlich, wenn die allermeisten von euch eh irgendwie schon ein Laptop haben, oder so, ähm, und dann würde ich als Ehre, erste zwei Investitionen, wenn ihr wirklich, ja, am Anfang steht und überlegt, was kaufe ich mir, ähm, würde ich wirklich empfehlen, die Bayer Dynamik, DT 770, und, irgendeine Form von Interface, da könnt ihr ruhig das von Behringer kaufen, so, ähm, und dann seid ihr eigentlich schon set, alles andere ist, Bonus, und cool, aber, braucht man halt nicht unbedingt, so. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar, was ich mir als nächstes kaufen soll, vielleicht, oder, was eure ersten Investitionen waren, die ersten Dinge, die ihr euch gekauft habt, ich habe auch jetzt schon Bock auf Diskussionen über Mac vs. Windows in den Kommentaren, und, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, und,